halli hallo hallöchen mein lieben freunde und herzlich willkommen zurück zu wwe2k16 unser kleines king of the ring turnier und noch mal so ganz kurz vorne dran gesetzt wenn ihr natürlich noch weitere kämpfe sehen wollt und uns weiter unterstützen wollt dann könnt ihr gerne ein abo da lassen oder ein däumchen geben oder vielleicht sogar kommentieren das würde uns sehr freuen aber schauen wie das match wird mein gegner ist natürlich wieder der rivano oh ja hallo freunde grüßt euch oder vielleicht alles alle drei sachen gleichzeitig ja genau das wäre auch cool und da würde ich sagen drücken wir mal viereck oh yes ich bin mal gespannt man ich hatte letzte also gestern war das ja echt eine pfeife also ein best level ich wünsche mir nicht mehr da gehört aber steht hört sich nach wendi ordnern ich hätte ihn jetzt gerne nicht in meiner phase aber macht er keinen kopf ich habe keine ahnung naja ich habe auchingefunden du bist dran also zähl runter Okay, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, zeigen wir. Tja, meine lieben Freunde. Das wird ein komischer Kampf. Aber ich muss gestehen, du weißt ja, die kleinen Schwachen sind manchmal auch ganz übel, ne? Aber gegen Wendy Orton, also dem muss ich den Onkel nehmen. Dann habe ich alles geschafft, was ich nehmen wollte. Dem muss ich den Onkel klauen. Das wird ein hartes Match für mich. Er wird schwitzen, weil ich werde alles geben. Der muss weg. Ich werde unfair sein. Ich will alles tun. Das ist nämlich sein Liebling-Fan und der hat einen anderen Digger gekillt. Mein Fan ist das? Was? Echt? Das ist doch dein Nummer 1, hast du gesagt, ne? Das ist doch nicht mein Fan. Ja, ist das aber dein Nummer 1. Der mag mich wohl, oder? Der kleine Onkel, ey. Ui, fängt halt gut an. Der kleine Centilo Marello haut dich direkt um hier. Dann Tino Marella, Mann. Ja, meine ich doch. Boah, du nervst gerade. Ich weiß, ich werde dich sowas von nehmen. Hallo. Ach, ich kann gar nicht mehr. Irgendwann ist vorbei mit dem Viereck drücken. Tolle Sache. Rollalalalala. Aha. Schön gemacht. Guck, ich gucke Kram. Looking for Kram. Ah ja. Oh, das ging jetzt viel zu schnell. Hm. Wer warst du denn noch? Nichts. Da geht überhaupt nichts. Okay. Alter. Tschau. Tschau. Okay, jetzt haben wir es aber, ne? Wir beide. Guck mal, der hat ein cooles Tattoo überall am Rücken. So, das sieht schon geil aus. Also, den muss ich jetzt unbedingt wegkauen, den... ...den Randy Orton. Komm, was ich wolle. Ah, jetzt bist du dran, mein Freund. Jetzt ist es vorbei, ja. Also, den nehm ich dir. Ah, der geht schon raus für mich. Ha, ha. Geh wieder rein, du Idiot, ey. Hallo. Oh, das ist ja wieder so typisch, ey. Da bleibt er einfach stehen. La, 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 la. Okay. Das stimmt. Bleibt einfach stehen. Das war jetzt schon was wieder zu gut, um wahr zu sein, ey. Oh, scheiße. Da geht schon wieder los. Am schlimmsten sind die scheiß Konter, wo du ein Move machst. Wenn du mich nur so wegschubst, ist ja gut. Aber wenn du dann noch anfängst, hier so rumzuzaubern, das geht mir immer am meisten im Sack. Ja! Schön. Okay. Oh. Ach, kacke, ey. Naja. Komm rein, ja. Hm. Ein Balken mehr. Oh. Ich darf die nicht verlieren. Ich darf die nicht verlieren. Ah! Ich musste die Scheiße rauswerfen. Oh, der Wendy Orton, der macht schon gute Moves. Im Gegensatz zu mir, was ich so anzubieten habe, ist das nicht so der Pralle. Knack. Ah. Oh, was ist denn da los? Ich drück auch noch, aber der will nicht. Der will nicht. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich den hier irgendwie raushau hier. Hm. Oh. Naja, das macht aber nix. Und ein Penner. Ja. Wow. Oh, gar nicht mal so schlecht, was ich hier so für zappelige Attacken mache. Okay. Wow. Ist das dein S gewesen, oder? Ja. Wow. Hi. Oh, Mann, ey. Der kann überhaupt nix, der Junge. Nix kann er außer liegen. Okay. Tja, ich weiß nicht, aber die haben mehr Bugs eingebaut als geplant. Bist du jetzt gerade gegen den Ringseil gerannt? Nö. Sah gerade fast so aus. Mein Gott, ey. Ja, ich weiß nicht, dass Randy nur 24 war, Michael. Das ist, wenn die meisten Leute auf einem independenten Circuit irgendwo sein würden. Instead, der A-Pay-Ton ist der Ringseil gerannt. Und hier ist der Ringseil gerannt. Wenn er so geht, er geht, es gibt wenige besser. Hmm. Hmm. Oh, der kommt überall raus. Oh, der kommt überall raus. Hmm. Und hier ist der Ringseil gerannt. Oh man, was habe ich denn für Finisher? Wie geil ist das denn? Das war doch kein Finisher. Ja, Signature meine ich. Das war echt witzig. Nein, du Drecksack. Das gibt es doch gar nicht, ey. Ach man, aus meinem scheiß Finisher hat er abgeblockt. Ah. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh. Dumm, 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 dumm. Oh, oh, oh. Hm. Ach, jo. Tja, das ist echt blöd, wenn man nicht mehr kontern kann. Das ist echt nicht schön. Ah, der ist eigentlich verboten, ne? Habe ich gelesen. Ja, hier aber nicht. Oh, so. Hier kann man ja keinen töten, ne? Ne, aber ob ich dir schon mal bin? Tja, sieht schlecht aus, liebe Freunde. Ja, der Typ da, das ist alles nicht so schön, ey. Der Patch, der Patch hat mich ruiniert, das ist alles anders hier. Der Patch hat mich ruiniert. Naja, wo soll's denn sonst sein? Das Ganze mit dem Blocken und so, das hat sich nicht alles... Naja, das ist ja, wie oft ich gar nicht mehr blocken kann und so. Das wird schon an dem Ding sein. Aber, naja, ist ja nicht schlimm. Ist das halt so. Ist das eben so. Ne, der... Jetzt kam zum Beispiel gar kein Symbol, dass ich was drücken soll. Zum Abblocken. Ja, ja, ja. Nein! Ja! Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank, geiler Move, ey. Ah, ja. Aber vorhin bist du auch rausgekommen, das war viel schlimmer. Boah, Alter. Ich weiß gar nicht, was der macht für ein Finisher, dieser... War das der Finisher? Das ist der Finisher, der jetzt kommt. Aha, geil, was ist das denn? Wir hatten das, den Mankain hat das auch gemacht, ne? Mit diesen komischen Spielfiguren da. Geil. Komm bitte raus, bitte. Eins. Zwei. Na, ganz locker. Du hast auch noch so viel Lebenssynergie. Ah, schade. Aber egal, Move funktioniert. Das war schon mal ganz gut, ja. So, was haben wir denn? Ah, alles klar. Oh, oh. Hat das ja auch immer Umfeld bei jedem Schlag? Oh, du hast ein Comeback gemacht. Krass. Sogar ein Comeback hat der Junge. Hä, ich hab doch die Tasten gedrückt, oder war das für dich angezeigt? Das war jetzt ein bisschen komisch. Na, mach doch! Hm. Sehr verbuggt. Ich hab gedrückt, da stand die ganze Zeit R2, ich drück. Und irgendwann auf einmal, ging's wieder weiter. Sehr, sehr cool. Hä? Wie geil war das denn? Ach, herrlich. Er pinnt wieder nicht, er pinnt wieder nicht. Warum pinnt er denn nicht? Ich weiß nicht, das ist ja... Ich hab Kreis gedrückt, ey. Hab ich gesehen. Er soll mein Kopf ein bisschen bürsten hier, hä? Naja. Was soll das denn, nur amortige Scheiße hier? Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Bei mir steht immer zu spät, zu früh, zu spät, morgen Abend. Ja, ist schön, da geht's immer wie wir am Morgen. Drück jetzt, drück jetzt, drück! Steh auf. Guck mal, der ist so fertig. Jetzt, jetzt, jetzt kommt er hoch. Oh, gemacht wieder gar nichts. Oh, ist das geil. Was ist denn los hier? Was hat die denn für die Scheiße gemacht? Äh, ich weiß es nicht. Aber ich bin echt, äh, find's lustig, ja. Ich krieg auch kaum Punkte für den Scheiß. Oh, das bringt mir nix, das bringt mir nix. Okay, er kommt raus. Ja, geil, komm. Eins, zwei. Oh, aber es war knapp, du. Ich glaub, du musstest schon ein bisschen kämpfen, oder? Nö. Ach, joh. Ich kann da laufen. Nein! Eins, zwei. Ja, ja, ja. Oh, nein. Nein, bitte, wieso? 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 Oh, war das schön. Wäre das schön gewesen. Raus mit dem Sack. Einfach weg mit dem, das wäre so schön. Also den Fick-Roof wieder. Und, ach, ja. Bong. Oh, ist das geil. Das ist so geil. Das ist einfach geil mit ihm hier. Oh, herrlich. Oh, bitte, bitte, lass es klappen. Bitte, lass es klappen. Nein, du Drecksack. Nein, nein. Nein, nein. Bitte. Nein. Eins, zwei, drei. Nein. Ja. Oh, geil, geil. Weißt du, wie klein das Ding ist? Noch nicht mal einen Millimeter. Und ich bin rausgekommen. Geil. Bis der mal reagiert. Ich bin zu kürzen. Bis der. Oh, herrlich. Aber das bringt mir ja nichts. Oh. Ach, scheiße. Oh, du machst immer so Moves, ey. Die bringen einen um, ey. Und ich komme dann mit meinen kleinen... Ich schubse dich mal eben hin. Mann. Oh, voll in den Killkopf. Aua. Bamm. Schön. Oh, look at the emotion. Oh, ist das geil. Ehrlich. Er macht der komische Moves, der kleine Kerl hier. Die wird einmal, Manns. Ja, ja. Eins, zwei und drei. Komm bitte. Nein. Oh. Gott, wie geil, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ich kann nicht kondorren. Ich bin nicht. Was war das? Ich hab gekonnt noch, Junge. Ach so. Ich würd grad sagen. Komischen Moves hab ich aber nicht bestellt. Er greißt mich einfach. Ich kann nicht mehr, ey. Das ist das Problem. Ich kann nichts machen. Das gibt mir einen Sack. Na, ich glaub dir das. Du bist doch jetzt nicht grad bei dem. Das muss doch nicht sein. Oh. Ach, du Wichskopfdreck. Hm. Ja, das war natürlich Pech für mich jetzt. Weil ich nämlich, äh... Oh, so ein Scheiß, ey. Oh, das ist auch ein langes Ding hier. Das ist hier. Ah. Er pinnt wieder nicht. Verdammte Scheiße. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ey, nö. Ey, das ist so scheiße. Was soll denn das? Erhebt ihn einfach auf, der Wichser. Ey. Erhebt mich wieder hoch. Ist das geil. Ja, super. Ich hoffe, du verlierst noch. Ich hoffe, ich hoffe es. Das ist doch Schwachsinn. Das siehst du, wie das ist, ey. Wenn ich mich über aufregen muss, hier. Erstmal in die Ecke ziehen. Und dann kriegst du einen auf die Nuss hier. Ach, hör auf, ey. Du kommst doch überall raus, ey. Das ist doch scheiße, sowas. Mann. Achso, du hast schon gedrückt. Deiner ist müde und der kann trotzdem Aktion machen. Das ist echt lustig. Ja, sicherlich, äh. Oh, Gott sei Dank, ey. Ach, komm. Ach, hör auf, hör auf. Bitte, 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 bitte. Ja! 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 Und er wackelt. Da kommt er, da kommt er, da kommt er. Das kann doch nicht wahr sein. Der kleine grüne Hersteller. So eine Scheiße. So eine Rotzscheiße. Ey, das kann nicht wahr sein. Ey, das geht mir auf den Sack. Eins, zwei und drei. Ja! Boah, was ein Schleppenackab. Und wieder mit so einem Scheißhörn und auch Radio Orte raus. Ja! Boah, das war jetzt ein übles Match. Leck mich am Arsch. Komm, das ist doch Schwachsinn. Ich mag zwei Finisher und dieser Vogel hebt dich bei Kreis auf. Ich hab Kreis gedrückt. Das ist scheiße. Das haben die mit dem Kackspiel gemacht. Da hab ich doch schon gehabt den Top-Match drauf. So eine Päcke. Ja, ist aber echt ärgerlich, liebe Leute. Also ich hab das ja auch, ey. Wenn ich konter, ob einmal macht der nix. Dann auf einmal steht der woanders. Also, ey, ihr solltet da an dem Patch noch ein bisschen arbeiten. Das ist doch krass. Ey, was soll denn das? Ich mein, wenn ich jetzt verloren bei einem guten Match oder bei einem guten Kampf, ne. So ein Rotz hier. Guck mal, wie der grinst, ey. Das ist doch schon verräterisch. Das ist doch bescheuert, das ist das doch. Ja, liebe Leute. Und mein Gott, zwei Finisher. Ne, ey, zwei Finisher. Ich drück Kreis zum Pin. Nachher Finisher. Und dieser Vogel hebt dich auf. Das ist doch Schwachsinn. Das ist doch totaler Schwachsinn. Oh, ich kann nicht mehr, ey. Scheiße. Und ich bin ja auch immer in den ganz kleinen Stellen. Du Latschkopf. Scheiß träg du auf. So, in der Aufnahmepause werde ich jetzt meinen Ruder neu starten. Denn hier ist irgendwas nicht in Ordnung. So, okay, meine lieben Freunde. Dann würde ich sagen, ich habe so die Schlauze gerade gestrichen voll hier. Das kann aber nicht wahr sein. Was machen die mit dem Kackspiel hier? Das hat so gut funktioniert, auch wenn ich immer verloren habe. Und jetzt ist so ein Scheiß, da habe ich die Oberhand, drück Kreis, zweimal nach dem Finisher. Und dann hebt den Spasti auf, die Santino Marella. Das ist doch wohl, boah, das regt mich auf. Boah, aber richtig regt mich das jetzt auf. 2K, das ist ja wohl mal Assi, was ihr gemacht habt. Ja, das ist doch wohl. Okay, dann würde ich sagen, komm, ich bin ja nicht mehr auf, ich habe mir noch mein Kopf zerplatzt. Ich würde sagen, ich sehe uns morgen wieder, wenn es euch gefallen hat, könnte ich ein Abo da lassen, um weiter versucht zu werden mit unserem Donut-Led's-Place. Und ja, guck du mal bei Rival-Lp-V-P-V-P, also wie bei mir, GameOS-JP. Und dann sehen wir uns morgen wieder, bis dahin, ciao.